Was ist das Problem? Ich stelle dir nur vier. Wir kennen nur noch so, dass Lützebüch aus Deutschland völlig autonom an dem Bereich ist, wo keine chemisch-synthetische Düngemittel angezeigt werden, und auch keine Pestiziden an der Landwirtschaft. Man könnte sicher sein, dass an unseren Kantinen auch gesunde Lebensmittel aber von Haar, die Haar produziert werden, in diesem Sinn. Der Ziel soll sich selber weiter verfolgen, dass man nur noch mit allen Akteuren auf dem Weg gehen, für die Biolandwirtschaft heute Lützebüch. Dafür haben wir das neue Regierungsprogramm festgehalten.